Hör-Übungen zum Lehrbuch Erkundungen Sprachniveau C2 Kapitel 1, Teil A, Übung 9 Sie hören ein Interview zum Thema Hat die deutsche Sprache eine Zukunft? Was wird im Interview gesagt? Markieren Sie während des Hörens oder danach die richtige Lösung? Immer mehr Menschen sorgen sich um den Zustand der deutschen Sprache. Sie beklagen zu viele Anglizismen im Deutschen und fürchten darüber hinaus, dass Deutsch mittel- bis langfristig durch die dominante Stellung des Englischen komplett verdrängt werden könnte. Müssen wir Deutsch also bald zu den toten Sprachen zählen? Darüber möchte ich mich heute mit dem Sprachwissenschaftler Professor Klaus Albrecht unterhalten. Herr Professor Albrecht, wie schlimm ist es denn wirklich, um die deutsche Sprache bestellt? Also zunächst einmal möchte ich Ihre Befürchtung ausräumen, dass Deutsch als Sprache aussterben könnte. Das wird so schnell sicher nicht passieren. Es gibt allerdings einige Kollegen, die behaupten, Deutsch sei auf dem Rückzug zum Dialekt. Damit ist gemeint, dass Deutsch nur noch als Sprache des privaten Gebrauchs bestehen bleibt, während bei allen offiziellen und halboffiziellen Zusammenkünften Englisch gesprochen werden wird, etwa im Wirtschafts- oder Politikbereich. Das Hochdeutsche aber, so wird lamentiert, würde im Zuge dieser Entwicklung verschwinden. Nun, hier sollte man sich zunächst einmal die aktuelle Situation des Deutschen anschauen, denn eine nähere Betrachtung hilft doch sehr, die Untergangsstimmung einiger Pessimisten zu relativieren. Bekannt ist vielleicht schon, dass Deutsch die meistgesprochene Muttersprache Europas ist, weit vor Englisch und übrigens auch Französisch. Diese dominante Stellung wird sich natürlich nicht so bald ändern. Zudem geben 14 Prozent der EU-Bürger an, Deutsch als Fremdsprache zu beherrschen. Das sind immerhin etwa 60 Millionen Menschen. Innerhalb der Europäischen Union sprechen damit 32 Prozent aller Einwohner Deutsch, Mutter und Fremdsprachler zusammengenommen. Damit hat die Sprache doch eine sehr gute und robuste Basis. Nicht mitgerechnet sind hier übrigens die Deutschlerner in den europäischen Staaten außerhalb der EU, wie zum Beispiel Russland, wo es ebenfalls eine sehr hohe Zahl an Deutschlernern und Sprechern gibt. Die Chance, in Europa auf eine Person zu treffen, mit der sie auf Deutsch kommunizieren können, ist also recht groß. Und wenn man außerdem noch berücksichtigt, dass Deutsch weltweit gesehen ca. 121 Millionen Sprecher zählt und damit im internationalen Ranking der Sprachen noch einen ordentlichen Platz relativ weit vorne einnimmt, ist es aus meiner Sicht wenig nachvollziehbar, das Totenglöckchen für die deutsche Sprache zu läuten. Je nach Ranking belegt Deutsch im weltweiten Vergleich immerhin einen Platz zwischen 8 und 10. Das hört sich ja erst einmal alles ganz beeindruckend an, aber es ist doch unbestritten, dass sich Englisch immer weiter ausbreitet und an Gewicht zunimmt. Und gerade im weltweiten Vergleich, den Sie eben noch angesprochen haben, ist Englisch doch mittlerweile die allesbestimmende Sprache. Haben die Pessimisten nicht also doch recht? Nein, das haben Sie nicht, denn Sie betrachten die Dinge von einem falschen Standpunkt aus. Es ist natürlich richtig, dass Englisch wesentlich weiter verbreitet ist als Deutsch und damit auch wesentlich wichtiger, aber darin sollte man in erster Linie eine Erleichterung für uns alle sehen und nicht pauschal eine Bedrohung für die deutsche Sprache. Wir können uns in der ganzen Welt verständlich machen, ohne mühsam irgendetwas in der jeweiligen Landessprache zurade brechen. Englisch ist zur Lingua Franca geworden, also zu einer freien Sprache zwischen Sprechern, die Englisch nicht als Muttersprache beherrschen. Das ist doch erst einmal etwas sehr Positives. Dass die deutsche Sprache hierbei auf der Strecke bleiben könnte, diese Gefahr sehe ich nicht. Und ob Deutsch langfristig an Einfluss einbüßen wird, das muss man erst noch sehen. Ich wäre da mit vorschnellen Prognosen vorsichtig. Das Problem übrigens, das einige mit der prominenten Stellung des Englischen haben, resultiert auch aus gekränktem Nationalstolz. Das müssen Sie jetzt aber genauer erklären. Schon einmal hatte eine Sprache diese Funktion wie heute das Englische und das war bis ins Mittelalter hinein Latein. Ganz vereinfacht gesagt ist Englisch, wenn Sie so wollen, das neue Latein. Mit dem ganz wichtigen Unterschied allerdings, dass Latein nach der Antike nie Muttersprache gewesen ist. Englisch allerdings ist es. Und hier liegt eine der Ursachen dafür, dass viele Menschen die Vorherrschaft des Englischen so kritisch sehen. Vor allem in Europa, wo der Nationalstaat traditionell stark an eine Nationalsprache gekoppelt ist. Kaum eine Betrachtung zur sprachlichen Situation ist damit frei von Empfindlichkeiten. Und selbst bei entsprechenden Diskussionen zwischen eigentlich ganz vernünftigen Personen kommt sehr schnell eine Art Neiddebatte auf. So nach dem Motto, wenn deine Sprache, dann aber bitte auch meine. Übrigens beschränkt sich dies nicht nur auf die deutsche Sprache. Schauen Sie sich nur einmal die ganzen Maßnahmen an, die Frankreich zum Schutz des Französischen unternommen hat oder noch unternimmt. Aber darf man das wirklich nur mit gekränktem Nationalstolz, wie Sie es nennen, erklären? Oder spielen hier nicht auch Ängste vor dem Verlust kultureller Identität eine Rolle? Sicherlich. Und ich möchte jetzt auch nicht falsch verstanden werden. Ich bin ein unbedingter Verfechter davon, die Sprachvielfalt, die wir besonders hier in Europa haben, zu schützen. Aber niemandem ist damit geholfen, eine Sprache gegen eine andere auszuspielen. Ebenso wenig macht es Sinn, sich Entwicklungen zu verschließen. Eine solche Haltung wäre unzeitgemäß und darüber hinaus schädlich. Und es ist nun einmal Fakt, dass Englisch in vielen Bereichen zur Verkehrssprache geworden ist. Das müssen wir akzeptieren. Aber, und so leite ich dann wieder zu unserem eigentlichen Thema zurück, Ich bin überzeugt, dass Deutsch als Sprache gut genug aufgestellt ist, um sich trotz dieser Entwicklung auch in der Zukunft zu behaupten. Was macht Sie da so sicher? Einmal natürlich die große Zahl der Sprecher des Deutschen. Darauf hatte ich schon hingewiesen. Und das, was seit einiger Zeit als Bedrohung des Deutschen an die Wand gemalt wird, sind Erscheinungen, mit denen die deutsche Sprache immer schon zu kämpfen hatte. Im 17. Jahrhundert beispielsweise war Deutsch in viel stärkerem Maße herausgefordert als heute. Damals wechselte der gesamte deutsche Adel zur französischen Sprache, immerhin die seinerzeit führende Schicht der Gesellschaft. Geschadet hat es der deutschen Sprache nicht. Und das, obwohl sie in jener Zeit, anders als heute, in sich noch nicht gefestigt war, sondern aus einem ziemlichen Dialektgemisch ohne wirklich verbindende Hochsprache bestand. Wenn heute deutsche Wissenschaftler Englisch sprechen, weil sie an internationalen Konferenzen teilnehmen oder auf Englisch publizieren, werden sie nicht selten als Verräter an der eigenen Sprache hingestellt. Diese Sichtweise ist so aber nicht richtig. Das sind zweisprachige Menschen, die Englisch zur Verständigung nutzen. Das ist etwas anderes als der Ausstieg aus einer Sprache. Würden Sie sagen, dass die Zukunft des Deutschen somit auch in der Mehrsprachigkeit liegt? Man kann es so sehen. Worüber wir uns im Klaren sein müssen ist, Mehrsprachigkeit schadet nicht. Nach aktuellen Zahlen ist mittlerweile mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung zweisprachig. Die Vorstellung, dass eine Sprache auch an ein Land gekoppelt sein muss, ist überholt. Das ist die Denkweise des 19. Jahrhunderts. Dahin zurück können wir nicht mehr. Zudem war Deutschland Mehrsprachigkeit schon immer gewöhnt. Nicht nur der Adel sprach Französisch, sondern um 1800 auch jeder Gebildete. Was heute neu ist, ist eine Art Demokratisierung der Mehrsprachigkeit. Also eine Mehrsprachigkeit, die nicht von den Eliten ausgeht, sondern allen von der Globalisierung aufgezwungen wird. Die deutsche Sprache erlebt dies glücklicherweise zu einer Zeit, in der sie selbst gefestigt ist. Wir dürfen nicht den Fehler machen und fragen Englisch oder Deutsch. Die Frage muss stattdessen heißen, welche Rolle kann das Deutsche als Sprache neben Englisch spielen? Kapitel 2, Teil A, Übung 5 Sie hören einen Ausschnitt aus einer Radiosendung zum Thema Faszination Mittelalter. Entscheiden Sie, ob die angegebenen Aussagen mit dem Inhalt der Sendung übereinstimmen oder nicht. Hören Sie das Gespräch zweimal. Menschen verkleiden sich als Ritter und Hexenmeister? Bands wie In Extremo oder Subway to Sally berufen sich auf das Mittelalter? Computerspiele wie World of Warcraft wären ohne diese Epoche undenkbar. Meine erste Frage ist, über welchen Zeitraum sprechen wir eigentlich, wenn wir über das Mittelalter reden? Das ist schwer zu sagen. Eigentlich gibt es für das Mittelalter keine genauen Zeitbegrenzungen. Manche sagen, das Mittelalter sei schon mit der Renaissance zu Ende gegangen. Andere nennen die Erfindung des Buchdrucks, die Reformation oder die Entdeckung Amerikas als Schlusspunkt jener Epoche. Und ganz Verwegene behaupten gar, das Mittelalter sei erst vorbei gewesen, als die Französische Revolution das Heilige Römische Reich hinwegfegte. Immer mehr Menschen begeistern sich für mittelalterliche Musik. Auf dem Jakobsweg herrscht Pilgerstau. In den Kinderzimmern sitzen Kinder und Jugendliche vorm Computer, die beim Online-Rollenspiel World of Warcraft ein Leben als Hexenmeister, Paladin oder Todesritter anstreben. Historische Romane handeln von Wanderhuren und Kathedralenbauern und verkaufen sich hunderttausendfach. Die ganze Gothic-Bewegung ist ja, wie schon der Name sagt, auch nichts anderes als ein großer Mittelalterkarneval, bei dem die Epoche durch die leicht verengte Perspektive einer schwarzen Neoromantik betrachtet wird. Warum das alles? Was finden junge Menschen an einer stinkenden Epoche, die wesentlich von Hunger, Pest, Angst und Unfreiheit geprägt wurde, so attraktiv? Ganz egal, aus welcher Quelle man sein Mittelalterbild bezieht, das Mittelalter wird immer als Welt mit großen Unterschieden beschrieben. Aber gerade diese Unterschiede machen die mittelalterliche Welt für uns heute so faszinierend. Sie war, obwohl oberflächlich von Dreck und Dunkelheit gefärbt, bunter, viel gestaltiger und intensiver. Der niederländische Historiker Johann Huizinga hat die Faszination bereits 1924 beschrieben. Wenn ich das mal zitieren darf. Als die Welt noch ein halbes Jahrtausend jünger war, hatten alle Geschehnisse im Leben der Menschen viel schärfer umrissene Formen als heute. Zwischen Leid und Freude, zwischen Unheil und Unglück schien der Abstand größer als für uns. Was man erlebte, hatte noch jenen Grad von Unmittelbarkeit und Ausschließlichkeit, den die Freude und das Leid im Gemüt der Kinder heute noch besitzen. Eine genaue und zutreffende Beschreibung. Ja, die Art der Daseinsformen hat sich komplett verändert. Im Mittelalter konnte man noch ganz Mönch, Krieger oder Bauer sein. Sicher gibt es heute auch noch Soldaten und Landwirte, aber für keinen von ihnen ist das Leben so sehr durch diesen Stand definiert, wie es für Krieger und Bauern im Mittelalter der Fall war. Sogar Bettler waren damals nicht einfach Sozialversager, die auf ihrem Lebensweg irgendwo falsch abgebogen waren, sondern auch sie hatten ihren festen Platz im gesellschaftlichen Gefüge. Nicht einmal richtige Handwerker gibt es mehr, also Handwerker, die, so wie sie sich im Mittelalter verstanden, aus einem Stück Stein, Metall oder Holz mit ihrer Kunst einen ganz neuen Gegenstand schaffen konnten. Heute sind wir alle mehr oder weniger Konsumbürger und Handlanger. Viele junge Leute erkennen den Unterschied zu früher. Sie wollen der Wirklichkeit wenigstens in ihrer Freizeit entfliehen, indem sie virtuelle Möglichkeiten nutzen und eine der zahlreichen Identitäten annehmen, die es nicht mehr gibt. In Rollenspielen oder auf Mittelaltermärkten kann jeder für ein paar Stunden Krieger sein, ohne Blut zu vergießen. Als Hexenmeister zaubern, ohne die Höllenstrafen zu fürchten oder Schwerter schmieden, ohne diesen Stand gleich auf seine Kinder und Kindeskinder vererben zu müssen. Und das Schönste daran ist, man muss nicht allzu viel Ahnung von Geschichte haben. Im Gegenteil, die Popularität des Mittelalters ist zu einem guten Teil dadurch begründet, dass es weniger nach Schule schmeckt als beispielsweise die Antike. Gerade die vage Vorstellung, die die meisten Menschen vom Mittelalter haben, macht es so attraktiv. Kapitel 2, Teil A, Übung 24 Sie hören in einer Radiosendung einen Kurzbericht über neue Forschungsergebnisse zum Thema Gerüche und Erinnerungen. Welche Informationen gibt der Text? Bereits Marcel Proust hat das Phänomen in seinem Roman »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« beschrieben. Schon ein kleiner, duftender Lufthauch genügt, um Menschen in jahrzehntealte Erinnerungen zurückzuversetzen. Britische Neurowissenschaftler glauben nun, eine Erklärung dafür gefunden zu haben. Erinnerungen sind über das gesamte Gehirn verstreut gespeichert, werden aber vom Hippocampus zentral gesteuert. Wird einer der menschlichen Sinne stimuliert und aktiviert eine Erinnerung, so die Theorie der Forscher, werden auch verwandte Erinnerungen aufgerufen, die auf andere Sinne zurückgehen. Das Team um Jay Gottfried vom University College London zeigte seinen Testpersonen Fotos und ließ sie einen bestimmten Geruch wahrnehmen. Die Gerüche aber hatten mit den Bildern wenig zu tun. Ein Foto einer Ente sollte etwa mit dem Duft von Rosen in einen Zusammenhang gesetzt werden. Die Testperson, so hofften die Wissenschaftler, könnten sich dann das Bild einer Ente vorstellen, die durch einen Garten mit duftenden Rosen watschelt. Später sahen die Testpersonen die Bilder erneut, diesmal aber ohne Geruch und im Wechsel mit unbekannten Bildern. Dabei wurde die Aktivität in verschiedenen Bereichen des Gehirns gemessen. Wie die Wissenschaftler im Fachblatt Neuron schreiben, zeigte sich dabei, dass das Betrachten der bekannten Fotos zwei Regionen stimulierte, den Hippocampus und den Piriformen Cortex, der Gerüche verarbeitet. Die neuen, unbekannten Bilder hatten diesen Effekt nicht. Damit ist nach Meinung der Forscher bewiesen, dass nicht nur Gerüche Erinnerungen wecken, sondern auch Bilder Geruchsempfindungen aktivieren können. Gottfried nimmt außerdem an, dass Erinnerungen, die an einen Geruch gebunden sind, am längsten gespeichert werden und selbst dann präsent bleiben, wenn der Hippocampus seine kontrollierende Rolle aufgegeben hat. Patienten mit verletztem Hippocampus etwa können eine Amnesie haben und sich dennoch an Gerüche aus ihrer Kindheit erinnern. Warum gerade der Geruch so lange gespeichert wird, ist noch unbekannt. Auch wie genau die engen Kontakte zwischen Sinnen und Erinnerungen funktionieren, wissen die Experten noch nicht. Wer das beantworten kann, dürfte sich auf einen Nobelpreis freuen. Kapitel 3, Teil A, Übung 7 Sie hören ein Interview zum Thema Neue Erkenntnisse über das Lügen. Was wird im Interview gesagt? Markieren Sie während des Hörens oder danach die richtige Lösung? Hören Sie das Gespräch zweimal. In unserer Reihe Die kleinen Abenteuer des Alltags beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Lügen. Im Studio begrüße ich den Psychologen Dr. Michael Merten von der Universität Frankfurt. Guten Tag. Schon der Philosoph Friedrich Nietzsche sagte vor 140 Jahren, die Menschen lügen unsäglich oft. Trifft diese Aussage heute noch zu? Na ja, Nietzsche griff für diese Erkenntnis auf persönliche Reflexionen und Beobachtungen zurück. Heute gibt es unzählige wissenschaftliche Untersuchungen darüber, wie oft und warum Menschen lügen. Wie oft lügt der Mensch? 200 Mal pro Tag? Das ist jedenfalls die Zahl, die im Internet am häufigsten genannt wird und auch in den Medien immer wieder auftaucht. Das stimmt. Diese Zahl wird immer wieder genannt, aber niemand weiß eigentlich genau, woher sie kommt. Einmal werden britische Forscher als Quelle genannt, dann wieder der amerikanische Psychologe John Fraser, der in den 1970er Jahren Alltagsgespräche analysiert hat. In wissenschaftlichen Datenbanken lässt sich allerdings keine Arbeit finden, die diese Zahl bestätigt. Es ist also durchaus möglich, dass die weithin verbreitete Lügenzahl von 200 selbst nur eine Lüge ist. Wie ist der heutige Stand der Forschung? Seriöse Studien kommen auf weitaus geringere Quoten. Es gibt einige Arbeiten, die eine Quote von zwei Lügen pro Tag ermittelt haben, wobei allerdings gängige Höflichkeitslügen wie gut oder prima nicht mit einberechnet wurden. Andere Studien zeigen, dass wir wohl deutlich öfter lügen als zweimal pro Tag. Vor allem in Situationen, in denen wir jemandem gefallen oder jemanden beeindrucken wollen, fällt uns das Schwindeln offenbar leicht. In einem Versuch wurde mit Kandidaten ein Bewerbungsgespräch von nur 10 Minuten Länge durchgeführt. In diesen 10 Minuten haben die Probanden durchschnittlich 2,9 Mal gelogen. Heißt das, wir lügen in bestimmten Situationen öfter als in anderen? Es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass die Neigung zum Lügen durch die Situation und die Bedingungen beeinflusst wird. Anders ausgedrückt, es gibt weniger die typische Lügner-Persönlichkeit als das typische Lügner-Umfeld. Wer etwa unter Leistungsdruck steht und sich rechtfertigen muß, wird eher täuschen und betrügen als jemand, der niemandem mehr etwas beweisen muß. So haben Studien unter den 18- bis 34-Jährigen besonders viele Lügner ausgemacht. In einer amerikanischen Untersuchung gaben 64% der Schüler an, sich im vergangenen Jahr mindestens einmal eine gute Note in einem Test erschlichen zu haben. In Deutschland dürfte die Situation ähnlich aussehen. Dafür sprechen Webseiten wie www.spickzettel.de, auf denen man lernen kann, wie man sich per Handy oder mit beschrifteten Wasserflaschen durch die Prüfungen mogelt. Das heißt, junge Leute lügen öfter als alte? Ja, weil sie noch mehr Hindernisse auf dem Weg zu ihren Zielen überwinden müssen. Es gibt aber noch andere interessante Ergebnisse. Man fand in Experimenten zum Beispiel heraus, dass besserverdienende Menschen in Verhandlungssituationen öfter mit gezinkten Karten spielen und sich auch nicht scheuen, die Regeln zu brechen, wenn sie sich einen Vorteil dadurch verschaffen können. Weniger verdienende erwiesen sich als ehrlicher. Psychologen begründen dieses Phänomen damit, dass sich in den sogenannten besseren Kreisen bereits ein eigenes Wertesystem herausgebildet hat, in dem der Gewinn und das Durchsetzen der eigenen Interessen höher bewertet werden als Fairness und gemeinschaftliches Handeln. Das bedeutet nicht unbedingt, dass Reichtum an sich zum Lügen verführt, denn sobald die Psychologen den finanzschwächeren Probanden den eigenen Gewinn als positiven Wert vermittelt hatten, lugen sie ebenfalls ohne jegliche Scheu. Das ist der Nachweis, dass die Bereitschaft zu Schwindel und Betrug von den Wertvorstellungen der Kleingruppe abhängt, in der man sich aufhält. Die Hypothekenspekulanten und Investmentbanker, die ja unter anderem für die letzte Finanzkrise verantwortlich gemacht werden, konnten so handeln, wie sie es getan haben, ohne Scham und Schuldgefühl, weil die moralische Identität der Gruppe auf einem niedrigen Standard war. Verabschieden sollte man sich allerdings von der Vorstellung, dass es sich bei Lügnern durchweg um verdorbene Menschen handelt, die aus rationalem Kalkül heraushandeln. Zu den Wertvorstellungen im sozialen Umfeld kommt noch ein weiterer Faktor, der das Lügen begünstigt. Die Zeit. Menschen unter Zeitdruck lügen häufiger. Wer länger nachdenken kann, bleibt eher bei der Wahrheit. Genau. Das Gewissen braucht eine bestimmte Zeitspanne, bis es sich meldet. Das bedeutet natürlich, dass in einer Epoche, die zunehmend von Zeitdruck geprägt ist, alles auf eine steigende Lügenquote hinausläuft. Ja, das sieht man zum Beispiel bei der elektronischen Post, in der etwa 50 Prozent mehr gelogen wird als im klassischen Brief. Man schreibt im Rechner meistens schneller, sodass auch schneller eine Lüge ihren Weg findet. Das sind ja dann auch schlechte Neuigkeiten für das Finanzamt. Steuererklärungen, die online ausgefüllt werden, könnten deutlich mehr Betrügereien enthalten als solche, die auf Papier eingereicht werden. Das könnte sein. Dazu fehlen allerdings noch die Beweise. Kapitel 3, Teil A, Übung 15b Der Perfektionist ist das perfekte Arbeitstier. Sie hören ein Interview mit der Autorin Simone Jansson. Entscheiden Sie, ob die angegebenen Aussagen mit dem Inhalt des Interviews übereinstimmen oder nicht. Perfektionisten arbeiten hart und werden weniger oft befördert, behauptet die Karriereexpertin Simone Jansson in ihrem Buch die 110 Prozent Lüge und erklärt, wie man gegensteuert. Frau Jansson, Sie sind eine erfolgreiche Buchautorin. Sind Sie demnach faul? Nein, als faul würde ich mich nicht bezeichnen. Im Gegenteil, ich bin eine Perfektionistin, aber eine, die eingesehen hat, dass diese Eigenschaft auch viele negative Seiten hat. Mein Buch ist insofern persönlich. Perfektionismus kann zu Überreaktionen, Hektik, Rechthaberei und sogar zu psychosomatischen Erkrankungen führen. Klingt nicht gerade nach angenehmen Begleiterscheinungen. Und wie Sie in Ihrem Buch behaupten, führt Perfektionismus zudem in die Karriere-Sackgasse. Was ein Widerspruch zu sein scheint, erklärt sich schnell. Wer perfektionistisch ist, agiert meist aus der Angst heraus, nicht gut genug zu sein. Perfektionisten wollen vollkommen sein, weil sie Versagensangst haben. Darum bringen sie selbst ständig Höchstleistungen und fordern das oft auch von ihren Kollegen. Wer sich dauerhaft stark unter Druck setzt, kann bald nicht mehr die volle Leistung bringen. Ein Negativkreislauf beginnt. Während sich der Perfektionist abstrampelt, wird ein vermeintlich faulerer Kollege befördert. Das frustriert den Perfektionisten. Er arbeitet also umso emsiger und verbissener. Dabei brennt er leicht aus. Hm, woher kommt der Hang zum Perfektionismus? Ist es allein eine Frage des Charakters? Natürlich gibt es Anlagen in der Persönlichkeit. Geschürt wird das Bedürfnis, alles hundertprozentig zu machen, aber auch von außen. Ist der Erfolgsdruck im Unternehmen groß, steigen auch die Erwartungen an die Mitarbeiter. Alles muss schneller und besser sein. Kurzfristig kickt Stress zwar, denn der Körper schüttet Hormone aus, die unsere Leistungsfähigkeit steigern, Dauerstress kehrt die Wirkung jedoch um. Die Leistungsfähigkeit sinkt. Außerdem gibt es in vielen deutschen Unternehmen keine konstruktive Fehlerkultur. Es wird wenig ausprobiert. Es darf wenig schief gehen. Aber nun ist ja nicht jeder, der im Job zielstrebig und engagiert ist, auch ein gestresster Perfektionist. Es gibt verschiedene Typen. Typ 1 ist ruhig und relaxed, gibt sein Möglichstes, aber kennt seine Grenzen. Dieser Typus kann auch mit Fehlern umgehen. Typ 2 ist übertrieben engagiert und überkorrekt. Unter den Perfektionisten unterscheidet man außerdem noch einmal zwischen dem introvertierten und dem extrovertierten Typus. Ersterer stellt an sich selbst allerhöchste Ansprüche und überfordert sich. Meist sind diese Menschen unsicher. Sie haben große Angst davor, Fehler zu machen. Im Worst Case arbeiten diese Menschen dann auch noch unter einem Chef, der diese Veranlagung ausnutzt. Statt dem introvertierten Perfektionisten das ersehnte Lob zu erteilen, kritisiert er den Mitarbeiter. Dieser rennt daraufhin noch ein bisschen schneller im Hamsterrad. Der Perfektionist ist das perfekte Arbeitstier. Im schlimmsten Fall endet die Abwärtsspirale in einem Burn-out-Syndrom. Vor dem ist aber auch der extrovertierte Perfektionist nicht gefeit. Er fordert Höchstleistungen auch von allen anderen, ist sehr rechthaberisch, kritisiert und verliert schnell die Nerven. Wenn die Kollegen nicht mitziehen, wird er zum Außenseiter und vereinsamt. Dann kann aus dem Wunsch, alles perfekt zu machen, schnell Verzweiflung werden. Die meisten Perfektionisten sind aber Mischtypen aus beiden Formen. Und trotzdem ist es ja nichts Schlechtes, das Bestmögliche im Job zu geben. Woran merkt man, dass die Grenze überschritten ist? Genau darum geht es ja. Um das Bestmögliche und die Grenze, die ich in meinem Buch mit 80% beziffere. Damit meine ich nicht, fortan nur noch halbe Sachen zu machen. Es geht darum, die Einstellung zur Arbeit zu ändern. Es reicht, sich vorzunehmen, eine Aufgabe so gut wie möglich zu erledigen und auch mal einen Schlussstrich an der Grenze zu ziehen, an der es nur noch um Optimierung geht. Die Zeit kann man schon wieder für eine neue Aufgabe verwenden. Wer 80% gibt, arbeitet effizienter. Nur 80% geben, dafür 100% Erfolg einfahren. Ihre These klingt etwas zu einfach. Wer als Perfektionist bekannt ist, wird es sicher schwer haben, von heute auf morgen zu reduzieren. Was sind Ihre Vorschläge? Es stimmt, es ist gar nicht so einfach, die richtige Dosierung an Leistungsbereitschaft, Engagement und entspannter Zurückhaltung zu finden. Vor allem nicht, wenn man das Arbeitstier in einem Unternehmen ist. Man muss lernen, sich abzugrenzen und freundlich und bestimmt Nein zu sagen. Damit verschafft man sich auch Respekt. Man muss seine eigenen Ansprüche zurückschrauben und lernen, mit Fehlern zu leben. Diese gehören dazu. Nicht jeder Fehler ist eine Katastrophe. Außerdem helfen Entspannungsübungen oder Sport. Und dann klappt es auch mit dem beruflichen Aufstieg? Zumindest wird man dann entspannter. Und wer entspannt ist, hat auch eine positive Ausstrahlung. Studien haben außerdem gezeigt, dass vor allem solche Mitarbeiter, die ein positives Image haben, eher befördert werden. Ist das am Ende das Geheimnis Ihres Erfolges? Ein positives Image? Als ich mich 2003 selbstständig gemacht habe, war ich, bedingt durch die neue Situation, noch sehr unentspannt. Hektisch, aufgeregt, übertrieben perfektionistisch. Der Erfolg blieb aus. Nachdem ich meine eigene Grenze kennengelernt habe und auch gelernt habe, hin und wieder Nein zu sagen, sowie mit Fehlern zu leben, kam der Erfolg von ganz alleine. Kapitel 4, Teil A, Übung 6 Motiviert sitzen bleiben zum Lernen Hören Sie das Gespräch zunächst einmal. Entscheiden Sie, welche Meinungen Frau Stein und Herr Kluge vertreten. Hören Sie danach das Gespräch noch einmal und markieren Sie die richtige Aussage. Was haben Abraham Lincoln, Otto von Bismarck und Thomas Mann gemeinsam? Alle sind in ihrer Schulzeit einmal sitzen geblieben. Ihren Lebensläufen und Karrieren hat es nichts geschadet, doch das weiß man natürlich erst immer hinterher. Vermutlich ist sitzen bleiben aber eine triste Erfahrung. Man denkt in der Politik darüber nach, den Schülern dies zu ersparen. Wir wollen uns hierzu die Argumente von Robert Kluge und Julia Stein anhören. Guten Tag, Frau Stein. Guten Tag, Herr Kluge. Guten Tag, Herr Lipka. Guten Tag. Frau Stein, Sie halten nichts davon, dass das Sitzenbleiben abgeschafft werden soll. Warum? Ich bin keine Anhängerin des Sitzenbleibens. Mich freut jeder Schüler, der das Klassenziel erreicht. Aber für viele Schüler ist es durchaus eine Chance, ein Schuljahr zu wiederholen und den angestrebten Abschluss doch noch zu erreichen. Warum soll man so eine Chance abschaffen? Das sehe ich absolut nicht ein. Was meinen Sie, Herr Kluge? Wir sehen zwar, dass ein Sitzenbleiber im ersten Jahr nach dem Sitzenbleiben bessere Leistungen erzielt, aber im zweiten Jahr fällt er noch weiter zurück als je zuvor. Der Klasse, aus der der Sitzenbleiber ausgeschieden ist, bringt dies auch nicht sehr viel, da von oben der nächste Sitzenbleiber nachrückt. Mit den bekannten Motivationsproblemen. Können wir den Unterricht nicht so gestalten, dass Sitzenbleiben nicht mehr nötig ist? Es geht mir hier keineswegs um sanktionsloses Unterrichten oder um die Einführung einer Kuschelpädagogik. Es stellt sich aber die Frage, brauchen wir diese Sanktion oder gibt es andere Modelle? Knapp über 163.000 Schüler sind im vergangenen Schuljahr sitzen geblieben. Das sind zwei Prozent. Es wurde ausgerechnet, dass diese Sitzenbleiber uns jährlich eine Milliarde Euro kosten. Wie kommt denn diese gewaltige Summe zustande? Wenn man die Zahlen pro Jahr auflistet, ist ein Viertel der deutschen Jugendlichen bis zum Zeitpunkt ihres Schulendes mindestens einmal sitzen geblieben. Das heißt, dass diese Schüler zweimal durch eine Klasse geschleust werden, manchmal sogar dreimal. Das generiert Mehrkosten, die bei ungefähr einer Milliarde Euro liegen. Und die würde ich eben lieber in die individuelle Förderung stecken, als in die unnötige Klassenwiederholung. Was sagen Sie dazu, Frau Stein? Die Aussage, dass ein Schüler im zweiten Jahr nach dem Wiederholen wieder schlechter wird, kann und darf man nicht pauschalisieren. 2004 gab es eine bundesweite Studie vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung. 2.500 Schülerinnen und Schüler sind in ihren Schülerkarrieren verfolgt worden. Man hat herausgefunden, dass für eine beträchtliche Gruppe durch das Sitzenbleiben die Chance, den Abschluss zu schaffen, um 50 Prozent gestiegen ist. Was nützt mir also die Abschaffung des Sitzenbleibens, wenn bei den Abschlussprüfungen die Versagerquote steigt? Es gibt natürlich Schüler, denen das Sitzenbleiben nützt. Das sind insbesondere diejenigen, die eine lange Krankheit durchgemacht haben und die aus eigener Initiative sagen, sie würden gerne eine Klasse wiederholen. Aber das ist leider nicht die Mehrheit. Und deswegen muss man sich die Frage stellen, ob die Sanktionsmöglichkeiten, die es am Ende des Jahres gibt, nicht viel zu spät kommen. Könnte man nicht durch eine Individualisierung des Unterrichts erreichen, dass wöchentlich ein Lernplan zwischen Lehrer und Schüler vereinbart wird? Und wenn der Lernplan am Ende der Woche nicht erledigt ist, sollte es zu einem ernsten Gespräch kommen und nicht erst am Ende des Jahres. Probleme und Problemschüler darf man einfach nicht auf die lange Bank schieben. In manchen Bundesländern ist die sogenannte Ehrenrunde ja schon in weiten Teilen abgeschafft. Hamburg etwa verdonnert Schüler, die in einem Kernfach eine Fünffarben zur schulischen Nachhilfe und lässt bis zur neunten Klasse überhaupt niemanden mehr sitzen bleiben. Also, es gibt ja schon eine ganze Reihe von Maßnahmen, die Bundesländer ergriffen haben, um überflüssiges Sitzenbleiben zu vermeiden. Etwa Nachprüfungen, Ferienseminare, Vorrücken auf Probe und vieles mehr. Übrigens, Sie haben Hamburg angesprochen. Da hat diese Maßnahme natürlich auch sehr negative Wirkungen. Beispielsweise Gymnasien, die bis zur neunten Jahrgangsstufe oder siebten Jahrgangsstufe niemanden mehr sitzen bleiben lassen können, werfen zurzeit viel mehr Schüler nach der Probezeit raus, weil sie sagen, diese Schüler werden es nicht schaffen, während sie vorher die Chance hatten, doch noch weiterzukommen. Wir sollten an dieser Stelle klarstellen, dass es drei Gruppen von Sitzenbleibern gibt. Die erste Gruppe würde tatsächlich von der individuellen Förderung profitieren. Aber diese Förderung kostet auch Milliarden, denn es gibt an den Schulen nicht so viel Personal, dass individuelle Lernpläne aufgestellt werden können, wie Herr Kluge das vorschlägt. Die zweite Gruppe von Schülern ist eigentlich in dem jeweiligen Schultyp überfordert. Und da hilft auch kein Sitzenbleiben. Aber die Eltern wollen dann auf Teufel komm raus, dass der Jugendliche zum Beispiel sein Abi macht. Und die dritte Gruppe umfasst diejenigen Schüler, die im Endeffekt eigentlich ein Wiederholungsjahr brauchen. Man kann die Schüler dieser drei Gruppen nicht über einen Kamm scheren. Das Bundesland Baden-Württemberg, in dem das Sitzenbleiben erlaubt ist, hatte im vergangenen Jahr die niedrigste Sitzenbleiberquote der Bundesrepublik. Das heißt, es ist wirklich eine Frage, wie Lehrer und Schüler im Unterricht, in der Klasse miteinander umgehen und nicht, welches Gesetz ich erlasse. Die Abschaffung des Sitzenbleibens ist meiner Meinung nach die Konsequenz einer veränderten Lernkultur im Klassenzimmer und nicht der Startpunkt für eine neue Lernkultur. Ich würde vielleicht noch gerne einen Blick auf andere Länder werfen, weil immer gesagt wird, es gibt Länder, die kein Sitzenbleiben kennen. Also beispielsweise in England hat man kein Sitzenbleiben. Aber wie ist die Lösung? Die Jugendlichen können dann in der Oberstufe die Fächer, in denen sie schwach sind, abwählen. Das heißt, sie haben zum Beispiel keine Mathematik mehr, sondern stattdessen soziale Wissenschaften. Es gibt keine vergleichbaren Abschlusszeugnisse mehr. Mit einem Abschlusszeugnis, in dem Mathematik nicht im herkömmlichen Sinne enthalten ist, komme ich auch an keine renommierte Universität. In Finnland habe ich auch kein Sitzenbleiben, aber eine ganz starke Selektion, wenn es darum geht, in die Oberstufe zu kommen und eine Universitätszugangsberechtigung zu erhalten. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, ich würde gar nicht für ein System plädieren, in dem die Fächer dann abgewählt werden können. Aber wir haben eben auch Jugendliche, die in, ich sag mal, Mathematik und Physik eine Fünf haben und in den sonstigen Fächern eigentlich prima mitkommen. Sie müssen aber eine gesamte Klasse wiederholen, obwohl sie nur zwei Schwachstellen haben. Diesen Schülern könnten wir in den Fächern lieber extra Unterstützung bieten, als sie das ganze Schuljahr noch einmal wiederholen zu lassen. Ich bin zwar im Prinzip Ihrer Meinung, aber auch das ist eine Geldfrage. Wer soll den Förderunterricht bezahlen? Da muss an anderen Stellen gestrichen werden. Kommen wir noch einmal auf die Lernkultur zurück. In meiner Schulzeit war das Sitzenbleiben eine Art soziales Regulativ. Niemand wollte sitzenbleiben, weil er dann der Versager oder der Dummkopf war. Eltern und Lehrer haben gleichermaßen Druck ausgeübt. Ist dieses Modell veraltet? Eine negative Lernmotivation führt nicht automatisch zum Lernerfolg. Ein Kind lernt dann, wenn es Spaß bringt, wenn es Freude daran hat und wenn es den Erfolg erlebt. Das heißt, das Grundziel der pädagogischen Arbeit muss sein, ein Erfolgserlebnis und nicht so sehr ein Negativerlebnis zu vermitteln. Wie sehen Sie das, Frau Stein? Ich würde mich freuen, wenn es eine Schule gäbe, in der nur positive Lernerfolgserlebnisse registriert werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass viele Schüler, vor allem Jungs, sich tatsächlich nur auf den Hosenboden setzen, wenn im Halbjahreszeugnis die ersten Gefährdungsvermerke stehen. Der Schüler weiß, okay, jetzt muss ich wirklich was tun. Fällt dieses Signal weg und gibt es auch keine Gefahr des Sitzenbleibens, dann würde diese Schülergruppe absolut nichts mehr tun. Ich danke Ihnen beiden für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Kapitel 5, Teil A, Übung 12 Mehrspurige Straßen brauchen wir nicht. Sie hören ein Interview mit dem Architekten Friedrich von Borys über Nachhaltigkeit und Design. Entscheiden Sie, ob die angegebenen Aussagen mit dem Inhalt des Interviews übereinstimmen oder nicht. Hören Sie das Interview einmal. Herr von Borys, Sie entwerfen Modelle für ein klimagerechteres Leben. Nachhaltigkeit bedeutet für Sie höhere Lebensqualität. Wichtig dafür ist Ihrer Meinung nach das richtige Design. Was hat Design mit Nachhaltigkeit zu tun? Design bestimmt unseren Lebensstil, unsere Träume und wie wir leben wollen. Fragen zur Nachhaltigkeit sind deshalb ganz wesentlich. Neben dieser grundsätzlichen Dimension hat Design aber auch ganz konkret mit Nachhaltigkeit zu tun. Ein Beispiel dafür ist ein Bürostuhl mit dem Namen Mirra. Dieser Stuhl lässt sich so auseinander montieren, dass die verschiedenen Materialien getrennt und wieder aufbereitet werden können. Nachhaltiges Design bedeutet aber auch zu überlegen, was man überhaupt braucht. Vielleicht ist die Lösung nicht, ein wiederverwertbares Handy zu entwickeln, sondern ein Leben ohne Handy zu führen. Es ist ebenfalls Gegenstand von Design und Gestaltung, solche Lebensbilder zu entwerfen. Zum deutschen Lebensbild gehört das Auto in der Garage. Lässt sich daran etwas ändern? Woher kommt es denn, dass so viele Leute ein Auto haben wollen? Weil es attraktiv, bequem und angenehm ist. Das ist auch deshalb so, weil Autos so gut designt sind. Wenn man hier das Verhalten der Menschen ändern wollte, müsste man ihnen eine gleichwertige Alternative bieten, die ebenso gut und attraktiv gestaltet ist. Wollen denn die Menschen solche Alternativen? Junge Leute machen heute seltener den Führerschein als früher. Vor 20 Jahren wollten noch alle ein Auto haben. Jetzt sind andere Dinge wichtiger geworden. Zum Beispiel eine Reise oder ein Smartphone. Trotzdem trauen sich nur wenige Politiker, die Infrastruktur umzubauen. Bis sich das ändert, braucht es noch eine Weile. Was schlagen Sie konkret vor? Straßenrückbau etwa. Mobilitätsforscher gehen davon aus, dass der motorisierte Individualverkehr zurückgeht. Wenn weniger Verkehr auf den Straßen ist, brauchen wir keine mehrspurigen asphaltierten Straßen mehr, sondern können stattdessen Grünflächen anlegen. Ein bisschen was ändert sich aber bereits. Vom Verkehrsministerium gibt es zum Beispiel jetzt einen nationalen Radverkehrsplan. Wird ein Straßenrückbau wirklich umsetzbar sein? Viele Menschen können sich das nicht vorstellen. Dabei ist die aktuelle Frage doch ganz einfach. Welche Infrastruktur brauchen wir? Je weniger wir uns individuell motorisiert fortbewegen und je mehr wir auf eine flexiblere Nutzung von Fahrrad, öffentlichem Verkehr und Fußgängerverkehr setzen, desto freier werden wir die Stadt gestalten können. Wie könnte das aussehen? Wir werden Straßen abbauen, da bin ich mir sicher. Mein Projektbüro arbeitet im Auftrag des Umweltamts von Frankfurt am Main an einem Konzept, wie mehr Grünflächen in der Stadt geschaffen werden könnten. Wir haben uns zum Beispiel angeschaut, welche derzeit sehr lärmbelasteten Straßen an Grünflächen liegen und wo man dort über Straßenrückbau nachdenken kann. Was davon Wirklichkeit wird, liegt leider nicht in unserer Hand und wird von Politik und Verwaltung entschieden. Wenn es nach Ihnen ginge, wie könnten sich Städte in Zukunft umweltfreundlicher fortbewegen? In den meisten Städten ist beispielsweise die Fahrradmitnahme im Nahverkehr kostenpflichtig oder unerwünscht. Das verhindert ein bestimmtes Mobilitätsverhalten. Die meisten Leute besitzen nicht zwei Fahrräder, um mit dem einen von ihrer Wohnung zum S-Bahnhof und mit dem anderen von der Zielhaltestelle zur Arbeit zu fahren. Diese Leute fahren dann seltener mit dem Fahrrad. Wenn wir S- und U-Bahnen oder auch Busse designen würden, in denen ein Drittel des Raumes für Fahrräder einkalkuliert wäre, dann würden wesentlich mehr Leute ihr Fahrrad mitnehmen. Das heißt, neu gestaltete Busse, dazu mehr Radwege. Dann ändern die Menschen ihr Verhalten? Das war ja nur ein Beispiel. Das Ganze durchzieht sehr viele Bereiche. Es geht darum, Angebote zu machen. Ein guter Architekt zum Beispiel sagt einem Bauherrn, »Mach doch ein paar Autoparkplätze weniger, wir bauen dafür einen Fahrradraum. Und denk dran, wir brauchen nicht nur Toiletten, wir sollten auch eine Dusche haben, damit sich die Fahrradfahrer frisch machen können.« Ein schlauer Bauherr antwortet dann, »Stimmt, Parkplätze für Autos sind teurer und nehmen mehr Platz weg als Fahrradstellplätze. Wo ich ein einziges Auto unterbringe, kann ich acht Fahrräder abstellen. Das ist billiger. Früher war es sinnvoll, eine bestimmte Mindestanzahl an Autostellplätzen gesetzlich vorzuschreiben. Nun muss es andere Regelungen geben. Kann man auch seine Freizeit nachhaltig gestalten? Ja. Manches ist heute ja absurd. Viele Leute gehen zum Beispiel gern joggen. Sie fahren dann mit dem Auto irgendwo hin, laufen und fahren mit dem Auto zurück. Warum joggen sie nicht von zu Hause aus? Weil es so wenig schöne Grünflächen gibt. Es gibt Städte, die sich gefragt haben, in wie vielen Minuten ihre Bürger zu Fuß die nächste Grünfläche erreichen sollten. Von New York bis Kopenhagen haben sich Metropolen nun Ziele gesetzt. Innerhalb von drei Gehminuten soll man in einem Park sein. Was bringt das diesen Städten? Ich glaube, die Städte, die so etwas machen, werden in 20, 30 Jahren die attraktiven Städte sein. Die Städte, die das jetzt verschlafen, werden zu denen mit einer negativen Ausstrahlung zählen. Sie arbeiten an Ausstellungen und Installationen, wie derzeit etwa an der Berliner Weltverbesserungsmaschine. Was wollen Sie vermitteln? Ich glaube an die gesellschaftsverändernde Kraft von Kunst, Design, Architektur. Sie zeigen, was heute ein gutes Leben sein könnte und diese Ideen will ich weitergeben. Erreicht man mit solchen kulturellen Angeboten genügend Menschen, um etwas zu bewegen? Klar, dass hinter der Wirtschaft und ihrer Werbung viel mehr Macht und Geld stecken als in Kunst und Kultur und dass sich ihre Bilder deshalb besser verbreiten. Das Budget einer Ausstellung, die drei Monate läuft, ist das einer Doppelseite Werbung in einer Zeitung. Da sind die Mittel sehr ungleich verteilt. Aber diejenigen, die eine gute Ausstellung besuchen, tragen deren Inhalte an andere weiter. Warum ist das so wichtig? Ich glaube ganz fest, diejenigen, die gestalten, also Designer, Architekten und Künstler, sind die einzigen in unserer Gesellschaft, die andere wirklich von neuen Ideen überzeugen können. Kapitel 6, Teil A, Übung 7 Sie hören neue Erkenntnisse von Wissenschaftlern zum Thema Wie klug sind Tiere? Entscheiden Sie, ob die angegebenen Aussagen mit dem Textinhalt übereinstimmen oder nicht. Delfine haben ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Delfine überraschten Wissenschaftler einmal mehr mit außergewöhnlichen Leistungen. Experimente haben gezeigt, dass sich die schwimmenden Tiere noch nach über 20 Jahren an ehemalige Gefährten erinnern können. Der US-Forscher Jason Brugg von der Universität Chicago untersuchte insgesamt 43 große Tümmler, die in verschiedenen Zoos und Delfinarien gelebt haben. Einige der Tiere verbrachten eine bestimmte Zeit gemeinsam im gleichen Zoo, bevor sie in eine andere Einrichtung umgesiedelt wurden. Brugg spielte den Delfinen in seinem Versuch Signaturpfiffe anderer Delfine vor und beobachtete, wie die Tiere reagierten. Signaturpfiffe sind so etwas wie die Namen von Delfinen. Jedes Tier lernt in jungen Jahren seinen eigenen Pfiff, mit dem er sich dann anderen Tieren vorstellt. Zunächst spielte der Forscher den Delfinen so lange unbekannte Pfiffe vor, bis sie begannen, sich zu langweilen und ihr Interesse am Spiel verloren. Dann präsentierte er den Pfiff eines ehemaligen Gefährten und tatsächlich horchten die Delfine wieder auf. Sie schwammen auf den Lautsprecher zu, umkreisten ihn und pfiffen ihn an, ganz so, als wollten sie weitere Pfiffe hören oder mit dem alten Freund kommunizieren. Brugg stellte fest, dass weder die Länge der gemeinsam verbrachten Zeit noch die Dauer der Trennung einen Einfluss auf die Wiedererkennung hatten. So erkannte zum Beispiel ein weiblicher Delfin namens Allie das Weibchen Bailey, mit dem es als Jungtier zusammengelebt hatte, obwohl sich beide mehr als 20 Jahre nicht gesehen hatten. Geschlecht und Verwandtschaftsgrad hatten keinen Einfluss auf das Erinnerungsvermögen. Das Gedächtnis der Delfine lässt sich in diesem Bereich durchaus mit dem des Menschen vergleichen und ist deutlich besser als das vieler anderer Tiere. Wissenschaftler vermuten, dass Elefanten über ähnliche Fähigkeiten verfügen, das konnte allerdings noch nicht belegt werden. Wozu die Delfine ihr gutes Gedächtnis benutzen, ist noch nicht eindeutig geklärt. Delfine formen in freier Wildbahn immer wieder neue Gruppen und Koalitionen und die Erinnerung an einzelne Tiere und ihr Verhalten könnte dabei von Vorteil sein. Geschickte Papageien Dass Papageien über eine hohe Intelligenz verfügen, ist allgemein bekannt. In einem Experiment wollten nun Wissenschaftler der Universität Wien herausfinden, wie zielgerichtet Papageien bestimmte Aufgaben lösen können. Gemeinsam mit Kollegen von der Universität Oxford entwickelten die Forscher einen Plexiglas-Würfel. In der Mitte des Würfels befand sich eine Plattform mit Futter. An jeder der vier Seiten gab es eine Möglichkeit, an die Belohnung zu gelangen. Auf einer Wand des Würfels war zum Beispiel eine nach innen laufende Röhre installiert, in die eine Kugel hineingeworfen werden musste, die dann das Futter von der Plattform stieß. Aufgabe der Vögel war es, diesen Mechanismus zu verstehen und unter mehreren Gegenständen die Kugel auszuwählen, die als einziges der auszuwählenden Objekte in die Röhre passte. Eine andere Möglichkeit, an das Futter zu gelangen, bestand darin, an einer Schnur zu ziehen, die um die Belohnung gewickelt war. Auf der dritten Seite gab es ein Fenster, das sich mit einem hakenförmigen Hebel öffnen ließ und auf der vierten Seite des Würfels befand sich ein Loch. Die Tiere mussten einen Stab benutzen, um das Futter von der Plattform zu stoßen. Immer wenn die Vögel eine der Lösungen gefunden hatten, wurde der Zugang von den Forschern blockiert. Auf diese Weise wollten sie herausfinden, ob und wie schnell die Tiere ihre Strategie veränderten. Von den sechs Versuchsvögeln schnitt der Papagei Kermit am besten ab. Er löste alle Aufgaben. Besonderen Eindruck machte er auf die Forscher, weil er es als einziger schaffte, den Stab richtig einzusetzen, denn Papageien verwenden in der Natur gar keine Werkzeuge. Der Vogel ging in dem Experiment äußerst geschickt vor. Zuerst hielt er das Ende des Stocks seitwärts im Schnabel und drückte es gegen die Öffnung. Dann fasste er das eine Ende mit dem Fuß, ließ es mit dem Schnabel los und hielt dann das andere Stockende mit dem Schnabel fest. Schließlich stocherte er so lange nach dem Futter, bis es von der Plattform fiel. Kermit hat in diesem Experiment eine komplexe, aus mehreren Schritten bestehende Strategie ausgeführt. Affen können lesen Eine kürzlich erschienene Studie zeigt, dass Affen in der Lage sind, lesen zu lernen. Französische Wissenschaftler zeigten einer Gruppe von sechs Pavianen in einem Zeitraum von sechs Wochen 8000 englische Wörter mit vier Buchstaben. Danach hatten die Paviane Zugang zu kleinen Hütten, in denen sich ein Bildschirm befand. Auf dem Bildschirm erschienen in schneller Reihenfolge die englischen Wörter, die sie vorher gesehen hatten. Wenn das Wort richtig geschrieben war, mussten die Affen auf eine ovale Form drücken. Wenn es falsch geschrieben war, auf ein Kreuz. Für jede richtige Antwort bekamen sie eine kleine Belohnung, die aus einem Automaten fiel. Interessanterweise konnten die Affen sogar jene Wörter unterscheiden, deren Rechtschreibung sehr ähnlich ist. Das bedeutet, dass sich die Tiere nicht die globale Form der Worte gemerkt hatten, sondern die richtige Abfolge der Buchstaben. Affen sind also fähig, korrekt geschriebene Wörter von falsch geschriebenen zu unterscheiden. Zählende Katzen Katzenliebhaber würden niemals daran zweifeln, dass ihre Lieblinge sehr intelligent sind. Dass sie auch noch zählen können, das ist neu. Ein Forscherteam konnte kürzlich den Nachweis erbringen, dass Katzen in der Lage sind, bis vier zu zählen. In ihrem Versuch stellten die Wissenschaftler zunächst zwei Fressnäpfer auf, die entweder mit einem Pappdeckel mit einem Punkt oder mit einem Pappdeckel mit zwei Punkten abgedeckt waren. Dann wurden die Katzen darauf trainiert, dass sich das Futter in dem Napf mit einem Punkt befand, wenn ein Tonschlag ertönte. Waren zwei Tonschläge zu hören, war das Futter in dem Fressnapf mit den zwei Punkten. Später wurde das Experiment um einen dritten und sogar einen vierten Napf erweitert, die jeweils mit drei und vier Punkten gekennzeichnet waren. Die Mehrzahl der Katzen konnte drei und sogar vier Tonschläge richtig interpretieren und fand erfolgreich das Futter. Kapitel 7, Teil A, Übung 3 Sie hören Meinungen zum Thema Kunst. Entscheiden Sie, ob die angegebenen Aussagen mit dem Gesagten übereinstimmen oder nicht. Sie hören jede Meinung einmal. Was ist Kunst? Was ist Kunst? Hm, schwierige Frage. Also für mich ist Kunst eine Möglichkeit, seinen Gedanken und Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Durch Kunst kann man im Prinzip sein Innerstes sichtbar machen, zeigen, wer man ist, was man denkt. Heutzutage wird der Kunstbegriff jedoch viel zu oft kommerziellen Interessen untergeordnet. Das ist jedenfalls meine Meinung. Ein Bild oder eine Skulptur zu produzieren, nur um sie verkaufen zu können, hat für mich nichts mit Kunst zu tun. Natürlich, der Markt verlangt Kunstwerke und ist damit auch an ihrer Produktion beteiligt, aber mit wirklicher Kunst hat das alles nichts zu tun. Ich würde sogar behaupten, dass eine solche konsumorientierte Produktion von Werken dem Kunstbegriff eher schadet als nützt. Ich meine, was für eine Kunst soll das denn sein, die auf Bestellung entsteht? Nein, Kunst muss ganz tief aus einem Selbst kommen, und das geht nicht auf Kommando. Was Kunst ist, meine Güte, darüber habe ich noch nie so richtig nachgedacht. In jedem Fall Kommunikation. Ja, ganz sicher. Kunst ist eine Form von Kommunikation. Der Künstler will mit seinem Werk etwas mitteilen, vielleicht über sich selbst, aber nicht zwangsläufig. Er kann mit Kunst Kritik üben oder auf Missstände aufmerksam machen. In jedem Fall hat er eine Botschaft für den Betrachter und hofft natürlich, dass dieser sie versteht. Bei manchen sogenannten Kunstwerken ist das natürlich schwierig. Was soll ein blauer Klecks Farbe schon für eine Aussage haben? Kunst, die unverstanden bleibt, ist einfach schlechte Kunst. Also, das finde ich, das ist dann mehr eine Art Spielerei, aber nichts Relevantes. Und deshalb verstehe ich die Meinung derer nicht, die behaupten, dass ein Künstler, der ernst genommen werden will, keinen Wert auf die Meinung und das Feedback seines Publikums zu legen braucht. Gerade das ist doch ganz wichtig und essentiell. Kunst ist nicht nur Kommunikation, sie muss auch zur Kommunikation anregen. Was Kunst ist oder sein soll, kann man doch so pauschal überhaupt nicht sagen. Fragen Sie zehn Menschen und Sie bekommen 15 verschiedene Antworten, wenn Sie verstehen, was ich meine. Irgendwo habe ich mal folgenden schönen Satz gelesen. Kunst liegt immer im Auge des Betrachters. Hübsch, nicht? Und es steckt so viel Wahrheit darin. Ich finde es anmaßend, wenn Leute daherkommen und sagen, dieses Bild hier ist Kunst, das dort hinten aber nicht. Was für eine Arroganz. Für mich ist alles Kunst, was eine emotionale Regung hervorruft. Egal, wie diese ausfällt. So gesehen ist auch der Apfelkuchen meiner Mutter Kunst. Aber mal ganz im Ernst. Jedes Werk, das einen nicht kalt lässt, sei es nun Literatur oder eine Skulptur, ist Kunst, auch wenn es misslungen oder ganz stümperhaft ausgeführt ist. Ich bin der Meinung, dass Kunst nicht unabhängig vom Betrachter gesehen werden darf. Für den Künstler hat doch das eigene Werk oft eine ganz andere Bedeutung als für den Beobachter oder Konsumenten. Der Künstler sieht in seinem Werk eine Ausdrucksform für die eigenen Gefühle, Beobachtungen und Feststellungen. Vielleicht hat er sogar eine Botschaft, die er vermitteln will. Wie hoch die Akzeptanz seines Kunstwerks bei anderen ist, interessiert ihn wahrscheinlich nicht besonders. Für den Betrachter hingegen ist die eigene Wahrnehmung entscheidend. Ob er dabei dasselbe in dem Werk sieht wie der Künstler, ist völlig unerheblich. Man kann sich durchaus von einem Kunstwerk angesprochen fühlen, obwohl man es nicht versteht oder anders interpretiert als der Produzent. Deshalb ist auch die gern gestellte Frage, was will uns der Künstler damit sagen, völliger Unsinn. Ohnehin sieht jede Generation etwas anderes in einem Kunstwerk als die vorangegangene, unabhängig davon, was der Künstler einst im Sinn hatte. Und vielleicht ist es ja das, was gute Kunst oder Kunst überhaupt auszeichnet, das sie immer wieder neu zur Reflexion anregt. Kapitel 7 Teil A Übung 21 Hören Sie den Text der Journalistin Pascal Ueck zum Thema E-Books und informieren Sie über Ihre Haltung dazu. Hören Sie den Text danach ein zweites Mal und markieren Sie während des Hörens oder danach die richtige Aussage. Ich will mich nicht von den neuen Technologien abhängen lassen, will nicht weit abgeschlagen zurückbleiben und noch dazu von meinen Kindern ausgelacht werden. Deshalb habe ich in den vergangenen Tagen darüber nachgedacht, ob es nicht höchste Zeit ist, dass ich mir zum Geburtstag einen E-Book-Reader schenken lasse. Um mich herum schwören alle darauf. In den Lounge der Flughäfen betrachte ich über die Schultern meiner Nachbarn die kleinen platten Bildschirme. Ja, für dieses neue technische Wunderwerk sprechen einige Vorzüge. Es ist klein, leicht, passt perfekt in die Handtasche, einfach zu bedienen. In 60 Sekunden ist ein Buch geladen. Es kann bis zu 1400 E-Books speichern und man hat die Wahl zwischen Hunderttausenden von Büchern in verschiedenen Sprachen. Diese Superlative machen mich ganz betrunken. Ich sehe mich schon gemütlich im Zug sitzen und zwischen den Buddenbrooks und Harry Potter hin- und her-zappen. Ich zähle mir die effektiven Vorteile auf. Weil das Gerät leichter als ein Taschenbuch ist, wird mir keine drei Tonnen schwere Handtasche mehr die Schulter verrenken. Ich werde auf Weltreise gehen und meine ganze Bibliothek mitnehmen. Und dann bemerke ich einen kleinen Satz, der meine Gedanken abrupt in eine neue Richtung lenkt. Liest sich wie Papier. Ein E-Book verhält sich zum Buch, wie vakuumverpackte Käsescheiben zu einem am Vortag im Käsefachhandel gekauften und schon leicht fließenden Kamenbär. Geschmacklos, geruchlos, leblos. Essbar, das ja, aber nur für den hektischen kleinen Hunger, nicht für den Moment großer Genüsse, eine Art Fast Reading. Balzac oder Thomas Mann zwischen zwei Flügen. Ein Buch aus Papier dagegen, ein Buch riecht nach etwas. Nach Tabak, nach Staub, nach altem, nach saure Milch, nach frischem Gras am Beginn des Sommers, nach Schweiß, nach dem Parfüm einer anderen, nach dem Essen von gestern, nach Kaffee. Vorige Woche bekam ich eine Mail von einem sehr alten amerikanischen Freund, ob ich so nett wäre, in einem Antiquariat nach Berliner Bälle von Rediamos in der Ausgabe von 1910 zu suchen. Er möchte, schrieb er, das Berlin der Kaiserzeit riechen. Und dann unter Hunderttausenden von Büchern wählen, was für ein Albtraum. Mit einem einfachen Klick auf Hunderttausende Bücher zuzugreifen, ist so, als würde man in einem stürmischen Wörtermeer ertrinken. Die Stunden, die man E-Books in den Einkaufskorb legt und wieder entfernt. John Ford rein. Ursula Krechel raus. Helmut Schmidt auch dazu. Das E-Book will uns zu gierigen, unersättlichen Lesern machen, die keine Grenzen mehr kennen. Immer schnell, immer mehr, immer sofort, immer alles. Sicher, es ist keine angenehme Aussicht, im Rucksack kiloweise Bücher auf der Weltreise mitzuschleppen. Und was tun, wenn man sich ohne Lesestoff auf einer einsamen Insel wiederfindet? In den abgelegenen Hotels am Ende der Welt gibt es immer irgendwo in einer Ecke ein Buch, von dem sich ein Reisender befreit hat, um seine Fahrt unbeschwerter fortzusetzen. Ich liebe das so beruhigende Gefühl, wenn man keine Wahl hat. Ich erinnere mich an ein einsames Hotel in den nebligen Hügeln von Darjeeling während der Monsunzeit. Im Speisesaal hatte ich Melville entdeckt. Das einzige englische Buch. Moby Dick passt überhaupt nicht zu Indien. Weiß Gott, wie er hier gestrandet war. Und vielleicht hätte ich mich nie für Melville entschieden, wenn er mit tausenden anderen hätte konkurrieren müssen. Ich nahm dieses Zufallsbuch mit in mein Zimmer. Ein wundervoller Fund, der mir Tage des Genusses schenkte. Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, dass ich diese Idee rasch verworfen habe. Zum Geburtstag habe ich zwei Kochbücher bekommen. Aus Papier. Herrlich. Köstlich. Schwer. Raumgreifend. Schön altmodisch. Eins wurde schon getauft mit einem großen Fleck Olivenöl. Das andere riecht gut nach Thymian, Knoblauch und Schinkenspeck. Es erinnert an einen langen, feuchtfröhlichen Abend. Stellen Sie sich vor, Sie würden mithilfe eines E-Books kochen. Sie hören ein Interview mit der Politologin Dr. Sabine Ewald über die Bedeutung von Bürgerinitiativen und die Entstehung von Parteien. Entscheiden Sie, ob die Aussagen mit dem Inhalt des Interviews übereinstimmen oder nicht. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Sendereihe Politik geht uns alle an. Dazu ist heute Frau Dr. Sabine Ewald, die sich an der Berliner Humboldt-Universität vor allem mit der Erforschung von Strukturen in Parteien und Bürgerbewegungen befasst, ins Studio gekommen. Herzlich Willkommen, Frau Dr. Ewald. Guten Morgen, Herr Schneider. Frau Dr. Ewald, mit Parteien haben wir ja nicht nur während der Wahlen zu tun. Parteien und politische Gruppierungen durchdringen unseren Alltag. Sie sind ein so selbstverständlicher Teil unserer Lebenswirklichkeit geworden, dass man nur selten hinterfragt, woher Parteien eigentlich kommen und von wem sie gegründet wurden. Im Vorgespräch haben wir uns ja bereits über die Tatsache verständigt, dass ein Teil der heute existierenden Parteien auf Bürgerinitiativen zurückgeht. Ja, das ist tatsächlich so. Aber bevor wir hier auf ein bis zwei konkrete Beispiele näher eingehen, möchte ich gern mit Ihnen und den Zuhörern über das Phänomen Bürgerbegehren und Bürgerinitiative sprechen. Bürgerinitiativen haben meist einen recht konkreten Anlass. Es hat sich etwas ereignet, das nach Meinung der Akteure von der Politik nicht oder nicht im geeigneten Umfang aufgegriffen worden ist. Um diese Entwicklung zu korrigieren und der eigenen Meinung eine Stimme zu geben, können sich Gruppierungen bilden. Diese kommen meist ganz spontan zusammen, zum Beispiel während eines Stadtteilfestes oder anlässlich eines launigen Grillabends in der Nachbarschaft, bei dem die missliebige neue Startbahn des nahen Flugplatzes zum Thema wird. Welche Rolle spielt das Internet bei der Bildung von Initiativen? Gut, dass Sie dies fragen, Herr Schneide. Denn möglicherweise ist auch eine digitale Kleinanzeige oder der Eintrag in einem Internet-Diskussionsforum die Ursache für einen Zusammenschluss. Jemand sucht Gleichgesinnte. Und es melden sich mehr als zunächst gedacht. Doch eine richtige Initiative kommt eigentlich erst dann zustande, wenn über eine singuläre Aktion hinausgedacht wird. Wenn es um mehr geht, als einmal einen Infostand oder eine Demo zu organisieren. Dann geht es nämlich um Nachhaltigkeit. Und aus dem einmaligen Anlass wird dauerhaftes Engagement. Aber so ein dauerhaftes Engagement muss doch organisiert werden. Da gibt es sicher alle Hände voll zu tun. Ja, es gibt bestimmte Aufgaben, die verteilt werden müssen. So braucht jede Initiative einen guten Draht zu den Medien, um ihr Anliegen zu kommunizieren. Und es sollten Informationen zusammengestellt und verteilt werden. Und ist dieses Organisationsgeflecht schon als ein erstes Anzeichen dafür zu bewerten, dass hier eine Partei entsteht? Nein, mit Sicherheit nicht. Nicht aus jeder Initiative wird gleich eine Partei. Das liegt schon daran, dass Initiativen meist nur ein Anliegen haben. Eben jenes, weswegen sie gegründet wurden. Parteien aber sind umfassend aufgestellt. Hm, mit anderen Worten, viele Bürgerbegehren beschränken sich auf sachlich eingegrenzte Probleme. Richtig. Im Fachjargon bezeichnen wir diese Initiativen auch als Ein-Punkt-Organisationen. In dieser Hinsicht unterscheiden sie sich also von Parteien, die ein möglichst breites Spektrum an Themen und Meinungen abdecken und somit politische Macht erlangen wollen. Parteien verfassen Grundsatzprogramme, stellen Kandidaten auf und stellen sich dann auch zur Wahl. Demzufolge müsste eine Bürgerinitiative auch basisdemokratisch sein, da sie eine Veränderung von der Basis her, also von der Bevölkerung ausgehend, initiiert. Stimmt das? Ja, das ist völlig korrekt. Zum Erreichen des jeweiligen Ziels werden meist Unterschriften gesammelt, Demonstrationen durchgeführt oder Petitionen verfasst. Interessant ist weiterhin, dass der Begriff Bürgerinitiative nicht an eine bestimmte Organisationsform gebunden ist. Die meisten Bürgerinitiativen sind zunächst nur lose Gruppierungen ohne feste Organisationsstrukturen. Erfordert die Durchsetzung des Ziels ein längerfristiges Engagement, bilden sich oft aber Vereine. Insbesondere wenn Bürgerinitiativen langfristige kommunalpolitische Ziele verfolgen, können aus ihnen auch Wählergemeinschaften entstehen. Nun gibt es ja in unserem Land das Paradebeispiel einer Bürgerinitiative, die zur Partei geworden ist. Aus Umweltaktionen und Protesten gegen Atomkraft entstanden die Grünen. Ja, Anfang 1980 wurde die Bundespartei Die Grünen gegründet. Vor meinem geistigen Auge steht mir immer noch folgendes Bild, als wäre es gestern gewesen. Am 12. Dezember 1985 wurde ein neues Landesparlament im Bundesland Hessen vereidigt. Ein Routinevorgang, sollte man meinen. Doch ich erinnere mich noch genau. Es war einfach anders. Unter den zukünftigen Ministern war einer, der eine neue Partei repräsentierte und der dies an einem harmlosen Detail zeigte, über das am nächsten Tag nicht nur das politische Deutschland sprach. Denn an diesem Tag wurde durch die Vereidigung von Joschka Fischer zum hessischen Umweltminister die erste rot-grüne Koalition auf Länderebene besiegelt und Fischer trug dem Anlass entsprechend Turnschuhe. Ganz so verbissen staatstragend wie die anderen Volksvertreter wollten die Grünen nicht sein. Dazu verstanden sie sich viel zu sehr als Anti-Parteien-Partei. Werfen wir doch hier nochmal den Blick etwas weiter zurück in die 1970er Jahre. Es ist das Jahrzehnt der Ölkrise, des RAF-Terrorismus, aber auch das einer wirtschaftlichen Konsolidierung und einer immer breiteren kulturellen Vielfalt. Die Politik wird in dieser Zeit in einem immer geringeren Maß den Parteien überlassen. Vor allem da, wo es richtig wehtut. Die Fragen der Ökologie, der Friedenssicherung, des Umgangs mit der dritten Welt und der Gleichberechtigung der Frau werden von den Bürgern aufgegriffen. Doch der Umweltschutz steht besonders im Fokus. Insbesondere wegen der höchst umstrittenen Kernenergie. Die etablierten Parteien ignorierten das Thema. Die Kernkraft galt damals als unverzichtbar und sollte durchgesetzt werden. Mitunter gegen beträchtliche Widerstände. Stimmt es, dass es innerhalb der Protestbewegung zu erstaunlichen Solidarisierungen über alle Grenzen hinweg kam? Ja. Alter, Bildung und auch die allgemeine politische Ausrichtung des Einzelnen spielten keine Rolle, wenn es darum ging, den Bau eines Atomkraftwerks zu verhindern oder, wie in Brockdorf, zumindest erbittert Widerstand zu leisten. Die Teilerfolge führten nicht nur zu einer weiteren Sensibilisierung der Öffentlichkeit, sondern auf kommunaler Ebene zu ersten Wahlbündnissen und Wählergemeinschaften. Bei den Bürgerschaftswahlen in Bremen kamen 1979 mit vier Mandaten erstmals Grüne in ein Landesparlament. Verschiedene bunte oder alternative Listen bildeten sich, rangelten miteinander, schlossen aber auch Bündnisse. Letztlich zwang die 5-Prozent-Hürde alle Beteiligten, sich in einem größeren Kontext zu organisieren. So wurde am 12. und 13. Januar 1980 in Karlsruhe die Bundespartei Die Grünen gegründet. Und bei der vorgezogenen Bundestagswahl 1983 kamen Die Grünen auf 5,6 Prozent. Das war damals eine echte Sensation. Nachfolgend kam es zu Erfolgen bei der Europawahl und zu den ersten Formen von Zusammenarbeit mit der SPD auf kommunaler Ebene. Trotz vieler Rückschläge war die Entwicklung nicht aufzuhalten und führte über die hessische Koalition Stück für Stück in die Regierungsverantwortung. 1998 kam es schließlich zur Koalition auf Bundesebene und der Ausstieg aus der Atomenergie war beschlossene Sache. Ein Traum der Grünen rund um Joschka Fischer, der ganz ohne Turnschuhe und im Anzug zum Bundesminister vereidigt wurde, ging in Erfüllung. Das ist wirklich ein Musterbeispiel eines langen, steinigen, aber erfolgreichen Weges einer Bürgerinitiative zur etablierten Partei. Wie sieht es nun heute aus? Im Herbst 2006 wurde aus einer Bürgerinitiative eine neue Partei gegründet, die sich als Sprachrohr der Informationsgesellschaft versteht. Die Piratenpartei. Die Mitglieder dieser Partei sind auffällig jung und meist sehr aktive Internetnutzer. Sie kennen daher die Fallstricke des Internets sehr gut, die häufig mit Copyright-Verletzungen zu tun haben. Die Partei setzt sich für eine Stärkung des Privatkonsumenten ein. Sie wendet sich gegen den sogenannten Schnüffelstaat, gegen die Einschränkung von Bürgerrechten und gegen Zensur in jeder Form. Frau Dr. Ewald, ich bedanke mich bei Ihnen für die interessanten Ausführungen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.